In der Apotheke? Ja. Mein Name ist Horst Müller, ich habe eine Frage zur Pille. Antibypille? Ja. Gibt es da irgendwie ein Verfallsdatum, oder muss man die kühllagern, oder was ist denn da zu beachten? Wie meine jetzt die Antibypille, ja? Ne, weil bei uns wirkt es nicht. Meine Frau ist jetzt schwanger. Ach so? Ich mache mir gerade hier einen Kopf, weil ich habe das mal zusammengerechnet, was jetzt hier auf mich zukommt. Ja. In der Zukunft, jetzt kriege ich mir ein Kind, 84 Kilo Windeln pro Jahr, 2 Tonnen Öltücher. Ja. Wenn man das mal zusammenrechnet, was da noch alles an Spielzeug kommt, Gameboy, Computer, mit 18er Auto, 4 Millionen Mark, ich bin an Verzweifeln. Wenn die Pille da nicht gewirkt hat, ja, bei Ihrer Frau, dann müssten Sie da mit dem Arzt sprechen. Wieso bei meiner Frau? Na, was haben Sie jetzt genommen? Ich habe einen Avalon genommen. Ach, Sie? Ja. Ja, aber die ist doch für die Frau. Wir wechseln uns da ab, mal eine Woche Sie, mal eine Woche ich, acht Tage die Inge, acht Tage ich. Ne, 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 die Pille darfst du wohl Ihre Frau nehmen. Haben Sie die wirklich genommen, ja? Ja, ja. Na, dann ist doch kein Wunder. Oh, na dann. Wie gemein gibt es bloß die Verhütung halt mit dem Kondom. Haben wir auch gemacht. Wir haben jeden Tag ein Kondom gekauft. Jetzt haben wir mittlerweile einen ganzen Badschrank voll, hilft ja auch nicht. Ja. Wir haben also alles gemacht, was ging an Verhütung. Na, wir haben die Pille genommen, ich habe Kindersicherung gekauft für die Steckdose, die Plastedinger, die man da reinsteckt. Alles durchprobiert. Ähm, die Steckdose, eine Sicherung und so, das hat ja alles damit gar nichts zu tun. Na, ich habe jetzt im Baumarkt, da stand Kindersicherung drauf. Ja, aber nur wenn Kinder da sind. Gibt, gibt auch sowas für Mücken. Na, da steckt man in der Steckdose, gibt es keine Mücken mehr. Ja. Und da habe ich gedacht, na nimmst du das für die Steckdose, gibt es keine Kinder. Ach ne. Ich habe die ganze Wohnung da mit. Ach ne.